In den letzten 10 Jahren hat sich auf dem Immobilienmarkt in Deutschland viel bewegt. Viele Unternehmen sind verschwunden, es gab eine große Konsolidierungsphase in Deutschland und mittlerweile gibt es nur noch wenige große Unternehmen, die im Wohnungs- und Gewerbebereich übergeblieben sind. Vonovia sagt den meisten Deutschen noch was, aber dann wird es schon eng. Obwohl es nur noch wenige große Unternehmen gibt, kennen die meisten Deutschen diese Unternehmen gar nicht. Allerdings könnte es in den nächsten Jahren zu weiteren Übernahmen kommen. Ihr habt euch gewünscht für diese Woche, dass wir mal auf den Immobilienmarkt 2030 schauen und mal gucken, welche Immobilienaktien könnten bis dahin überleben, welche könnten weitere Unternehmen aufkaufen und welche gehen in anderen Unternehmen auf. Generell muss man dazu natürlich sagen, das Ganze hier ist wie immer keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung. Jeder muss für sich eigene Anlageentscheidungen treffen und es handelt sich hier nur um Annahmen meinerseits, wie es weitergehen könnte, indem man mal in die Vergangenheit bei den einzelnen Unternehmen schaut und das auf die Zukunft prognostiziert. Und wir gucken zuerst mal auf die Wohneinheiten der großen Unternehmen in Deutschland. Klar, ganz oben Vonovia. Rund 548.000 Wohneinheiten besitzt man ja insgesamt. Die LEG 166.987 Wohneinheiten nur in Deutschland. THG 88.672. Dann kommt Grand City Properties mit 64.077 Wohneinheiten. Und dann Covivio. Hier hat man rund 41.200 Wohneinheiten alleine in Deutschland. Nur um das nochmal hier aufzuzeigen, es gibt auch noch Unternehmen außerhalb der Börse, wie Viva West zum Beispiel, die haben rund 120.000 Wohneinheiten. Ist ja nicht unerheblich und unrelevant, denn auch Akquisitionen im privaten Bereich kann es ja weiterhin geben. Gucken wir jetzt mal drauf, wer könnte übernommen werden, wer könnte 2030 noch existieren. Und nochmal der Hinweis, es handelt sich hier nur um eine persönliche Annahme meinerseits. Jetzt starten wir mit Grand City Properties und Grand City Properties ja ein Unternehmen mit doch einem signifikanten Immobilienbestand in Deutschland, aber mittlerweile eben auch in London. Dort hat man ja eine Akquisition vorgenommen oder mehrere Akquisitionen während der Corona-Pandemie. Und beim Thema Akquisition, das sehen wir schon beim Business-Modell, da ist man bei Grand City Properties immer mit dabei. Wenn sich Chancen bieten, wie damals in Berlin oder während Corona in London, dann geht man da rein und investiert. Und das ist eine Taktik, die in den letzten Jahren auch aufgegangen ist, mal unabhängig von der aktuellen Immobilienkrise, die ja alle Unternehmen trifft. Gucken wir aber nun auf die Aktionärsstruktur. Und da fällt uns sofort auf, Moment mal, 59% ist der Hauptaktionär stark, Edolaxia Group und Edolaxia Group, da wird man sich jetzt erstmal fragen, Moment mal, wer ist das eigentlich noch nie gehört? 2% hält man selber und 39% sind bei anderen Aktionären und im Free Float hier vertreten. Also, Hauptaktionär, die Edolaxia Group und da fällt einem sofort auf, die sitzen in Zypern und Moment mal, Grand City Properties, Vergangenheit, Aroundtown, hier ist doch irgendwo eine Verbindung da. Und ja, das ist richtig, die Edolaxia Group, die ist ein Tochterunternehmen von Aroundtown und damit ist klar, Aroundtown hält hier aktuell die meisten Aktien. Und Grand City Properties könnte meiner Meinung nach bis 2030 komplett von der Börse genommen werden und komplett in Aroundtown aufgehen. Aroundtown bilanziert ja sowieso schon die Ergebnisse von Grand City Properties in den eigenen Quartalsberichten. Von daher gehe ich davon aus, dass Aroundtown sich hier weitere Anteile sichern wird und am Ende Grand City Properties von der Börse verschwindet. Eure Annahme dazu gerne in die Kommentare. Kommen wir zu Aroundtown, die, wie gesagt, ja, in den letzten Jahren viele Anteile von Grand City Properties aufgekauft haben über die Edolaxia Group. Und bei Aroundtown ist es so, die haben noch vor gar nicht allzu langer Zeit eine Übernahme gestemmt. Noch kurz vor Corona gab es die Übernahme der TLG. TLG Immobilien, ja, ein ehemaliges Unternehmen, das sowohl im Wohn- als auch Gewerbebereich tätig war. Dann ging der Wohnbereich unter anderem an THG Immobilien und der Gewerbebereich, den hat man sich hier eben noch kurz vor Corona einverleibt bei Aroundtown und ist damit zu einem der größten Gewerbeimmobilienunternehmen in Europa geworden. Gucken wir auch hier auf die Aktionärstruktur. Da sehen wir diesmal 56% im Free Float, 29% hält man selber und die Avisco Group, die hält 15%. Die Avisco Group, wieder so ein Name, doch da versteckt sich ebenfalls eine Person hinter. Wir sehen es hier schon, Controlled by Yaki Gabay und Yaki Gabay ist sowohl der Kopf hinter Grand City Properties als auch hinter Aroundtown. Sitzt ebenfalls in Zypern, die Avisco Group 2004 in Zypern gegründet und hier ist man eben stark investiert im Namen von Yaki Gabay. Also das Ganze hier ein bisschen, ja, verbandelt, sowohl Grand City als auch Aroundtown. Daher natürlich auch hier die Offerte an Grand City, hier weitere Anteile seitens Aroundtown aufzukaufen. Und am Ende muss man sagen, dieser Herr Yaki Gabay wird über die Zukunft von Grand City und von Aroundtown entscheiden. Ich glaube allerdings nicht, dass Aroundtown von irgendeinem anderen Unternehmen aufgekauft wird. Dafür hat dieser Herr hier zu viel Einfluss und deswegen glaube ich, Aroundtown wird es weiter geben. Kommen wir zu THG Immobilien. THG Immobilien, ja, ein Unternehmen, das vor allem im Osten Deutschlands tätig ist. Und man hat viele, viele Akquisitionen in der Vergangenheit getätigt. Im Jahr 2000 ist man ja als Aktiengesellschaft gestartet. 2002 dann der Erwerb der Hamburg, der Bauverein zu Hamburg AG. 4.500 Wohneinheiten kamen damals dazu. 2010 Übernahme Frank Kono West AG, 2.000 Wohneinheiten. Dann 2011 die Colonia Real Estate, 19.000 Wohneinheiten. Dann kamen 25.000 durch DKB Immobilien AG dazu. Man hat also richtig viele Akquisitionen hier gestemmt. Dann die TLG Wohnen, ich habe gerade schon mal über TLG bei Aroundtown gesprochen. 11.300 Wohneinheiten Berlin, Dresden und Rostock, die sind hier mit dazu gekommen. Also man hat hier wirklich einiges getan und in den letzten Jahren dann der Schritt Richtung Polen. THG ist nämlich nach Polen expandiert und hier baut man ja ein Mietportfolio auf. Bis zu 20.000 Mietwohnungen sollen hier im Neubau entstehen und dann im THG Konzern bilanziert werden. Das Ganze eine spannende Entwicklung, aber es ist dann doch unter den drei großen deutschen Aktienunternehmen Vonovia, LEG und THG das am schwächsten aufgestellte. Aber man sucht trotzdem weiterhin immer nach attraktiven Möglichkeiten in Deutschland. Alles im Bereich ab 150 Wohneinheiten. An anderen Standorten, wo man noch nicht vertreten ist, ab 250 Wohneinheiten. Und THG hat sich auf einen hohen Leerstand spezialisiert. Man kauft also günstig Bestände auf und macht die dann durch Verschönerung, Modernisierungen etc. so fit, dass man hier den Leerstand deutlich reduzieren kann. Auch in Polen sucht man weiter Akquisitionsobjekte, gerade im Neubau. Also hier ist man weiterhin auf der Suche. Allerdings, und da kann ich mir schon vorstellen, dass sowohl LEG als auch Vonovia hier ein Auge auf THG werfen werden, wenn sich die Situation bessert. Denn es ermöglicht am Ende den Weg Richtung Polen. Dazu gleich aber nochmal mehr. Vorher der Blick auf LEG Immobilien. Das zweitgrößte deutsche börsennotierte Wohnungsunternehmen, das noch eigenständig agiert. Die Deutsche Wohnen, die muss man ja rausnehmen, die ist ja in Vonovia fast aufgegangen. LEG Immobilien, damals 2020, noch gar nicht allzu lange her. Da wollte man nämlich THG übernehmen. Also hier haben wir dann die Verbindung zu THG. Das Ganze ist damals allerdings aufgrund der finanziellen Vereinbarung gescheitert. Man wollte hier einen Deal machen. Allerdings hat es dem THG Vorstand am Ende nicht gereicht, was LEG hier bieten wollte. Aber, und das ist jetzt wirklich interessant, ganz grundsätzlich, die LEG wirbt immer dafür, dass man ein Unternehmen ist, das nur in Deutschland tätig ist. Damals war aber die THG schon in Polen eingestiegen. Und ich könnte mir weiter vorstellen, dass die LEG, wenn es die Chance dann am Ende geben sollte, dass man hier trotzdem die THG schlucken wird. Die LEG ist das zweitgrößte Unternehmen. Und wenn man weiter wachsen will, braucht man große Bestände, die man zukaufen muss. Da bleibt nicht mehr allzu viel übrig. Grand City Properties ist in der Hand von Yaki Gabay und von Around Town. Das heißt, am Ende könnte LEG hier die THG übernehmen, um zu einem Unternehmen mit deutlich über 200.000 Wohnungen in Deutschland und dann eben mit einem Bereich in Polen zu werben. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es hier in den nächsten Jahren nochmal Gespräche geben wird. Gerade nach der Krise, wenn die Zinsen wieder sinken, dann gehe ich stark davon aus, dass die LEG weiter Akquisitionen vornehmen wird. Denn die LEG ist am Ende Deutschlands zweitgrößtes börsennotiertes Wohnungsunternehmen mit Blick auf die Wohnungsanzahl. Und man hat hier damals schon von der Deutschen Wohnen ein Übernahmeangebot bekommen, das man dann am Ende abgelehnt hat. Aber die Deutsche Wohnen, die heißt mittlerweile Vonovia. Und hier ist man natürlich ebenfalls im Bereich der Akquisitionen stark tätig gewesen und wird das auch weiterhin tun. Das heißt, am Ende kommt es ziemlich auf einen kleinen Wettkampf an zwischen LEG und Vonovia. Das ist meine Prognose, ob man hier weitere Akquisitionen vornehmen kann oder ob am Ende nicht die Nummer 1 und die Nummer 2 sich verbinden zu einem noch größeren deutschen Wohnungskonzern. Der politische Druck mit Blick auf Modernisierung, Mietrecht und so weiter, der wird sicherlich zu weiteren Zusammenschlüssen führen. Und damit müssen wir jetzt natürlich auf den größten deutschen Wohnungskonzernen, auf Vonovia blicken, die im Bereich der Akquisitionen eine beispiellose Geschichte hinter sich haben. Das sieht man auch an den Kennzahlen alleine am Mietumsatz. Dieses Jahr wird ein Mietumsatz von 3,15 bis 3,25 Milliarden Euro erwartet. Das sind Summen, ja, als Vermieter, die hat man sich damals gar nicht vorstellen können. Mittlerweile ist man einfach das große europäische Wohnungsunternehmen. Damals entstanden durch, oder ganz, ganz früh entstanden in den 1918 und 1926, so ist es richtig, durch GACFA, durch die Eisenbahnwohnungsgesellschaft und die Vereinigten Stahlwerke. Das quasi die drei Vorgängerorganisationen, aus denen dann irgendwann mal Vonovia entstanden ist. Wir sehen das hier in diesem Schaubild ganz gut. Die Geschichte bis zum Börsengang von Vonovia, wie viele Unternehmen hier mit den Kreisen dargestellt am Ende in Vonovia aufgegangen sind. Aber damit war dann nicht Schluss, sondern mit der deutschen Enningen und daraus dann entstanden die Vonovia, ist ein Konzern entstanden, der noch viel, viel größer geworden ist in den letzten Jahren seit dem Börsengang. Und am Ende, wir haben es alle mitbekommen, die Übernahme der deutschen Wohnen dann vor kurzem, wo man dann wirklich nochmal zu einem Riesenkonzern geworden ist. Ja, man sieht hier 45.000 neue Wohnungen im Jahr 2014, dann 2015, da 2400 Wohnungen in Kiel, 20.000 Wohnungen, Süddevo-Portfolio, dann Zusammenschluss Deutsche Enningen und GACFA mit 144.000 Wohnungen, Convert-Immobilien, 24.500 Wohnenheiten, die 2016 dazugekommen sind, ebenfalls 700 Wohnenheiten in kleineren taktischen Akquisitionen. Wir sehen also hier in der Historie, man hat fast jedes Jahr große Akquisitionen bei Vonovia getätigt, zuletzt eben die Deutsche Wohnen. Man ist aber auch ins Ausland gegangen, man hat expandiert nach Schweden und nach Österreich, auch nach Frankreich, da ist man mittlerweile aber wieder raus. Und hier ist es wirklich spannend zu sehen, auch dieser Weg Richtung Europa und deswegen folgende Annahme bei Vonovia. Je nachdem, wie gut die Kassen bei Vonovia nach der Krise gefüllt sind, gehe ich stark davon aus, dass man entweder einen Blick auf THG oder auf LEG Immobilien werfen wird, sowie auf weitere Unternehmen, die im Ausland sind. Über THG würde man sofort den Zugriff zum größten polnischen Wohnungsentwickler bekommen, das ist sicherlich ein interessantes Ziel. Würde man auf die LEG zugehen und hier einen Zusammenschluss hinbekommen, dann würde man vor allem in Deutschland nochmal deutlich stärker werden, vor allem eben im Bereich des Ruhrgebiets zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, wo ja 80% des LEG-Portfolios sind. Das würde sich mit dem Vonovia-Portfolio unglaublich gut ergänzen. Bei THG Immobilien ist man ja vor allem im Osten tätig, da müsste man dann gucken. Das passt nicht ganz so gut, aber am Ende kann man ja auch wieder Verkäufe vornehmen. Es geht vor allem um Größe mittlerweile im Immobiliengeschäft und da sehe ich vor allem diese drei Unternehmen THG, LEG und Vonovia vor. Ja, spannenden Zeiten, wenn die aktuelle Krise überstanden ist, die Zinsen wieder sinken und es zu Übernahmen kommt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass man hier relativ schnell Akquisitionsversuche sehen wird. Wer am Ende wen übernimmt, das kommt ganz darauf an, was am Ende auch die Aktionäre wollen, aber ich bin mir relativ sicher, dass THG Immobilien in den nächsten Jahren in einem anderen Unternehmen aufgehen könnte und dass am Ende dann auch Vonovia weiterhin wachsen wird und weiterhin das größte Unternehmen bleiben wird. Ob sich mit LEG dann ein zweites, noch größeres Wohnungsunternehmen neben der Vonovia positioniert oder ob am Ende hier der Zusammenschluss kommt, das wird sich zeigen, aber es wird sicherlich richtig, richtig spannend. Um noch kurz zu zwei Unternehmen zu kommen, die hier ebenfalls ja am Anfang eingeblendet wurden, Covivio, französisches Wohnungsunternehmen, da sehe ich jetzt nicht groß Akquisitionsversuche, denn man ist hier in so vielen Bereichen tätig, das ist am Ende für Vonovia etc. relativ uninteressant, hier das Ganze zu übernehmen, weil man eben auch stark im Hotel- und Gewerbebereich tätig ist. Auf der anderen Seite auch Adler, die Adler Group, da muss man sagen, heute am 28. Juni Ermittlungen wieder gegen die Adler Group, das sieht alles nicht gut aus. Vonovia ist ja hier, ich glaube 20% Aktionär, aber hat das Ganze schon komplett abgeschrieben, also Adler würde ich hier so oder so keine große Zukunft geben. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht, bin gespannt auf eure Meinung, was glaubt ihr im Jahr 2030, welche Unternehmen wird es noch geben? Nochmal kurz rückblicken, Grand City Properties wird, denke ich, irgendwann von der Börse verschwinden und komplett in Roundtown aufgehen, damit spart man sich viele Doppelstrukturen dann am Ende. Bei THG glaube ich auch, dass man in einem anderen Unternehmen aufgehen wird und ich bin mir relativ sicher, das wird in LEG oder Vonovia aufgehen. Ob die LEG am Ende dann neben Vonovia besteht, das hängt sicherlich davon ab, ob die LEG bei THG zuschlägt oder bei anderen Portfolien, die frei werden und sich hier als große Nummer 2 behaupten kann oder ob am Ende tatsächlich ein Zusammenschluss der beiden Großen dann die beste Lösung für alle ist. Die Politik wird sicherlich weiter dafür sorgen, dass es zu weiteren Akquisitionen und Transaktionen kommen wird, denn Größe ist am Ende wichtig in diesem Geschäft. Das hat Vonovia erkannt, das hat LEG erkannt, das hat THG erkannt, das haben Roundtown und Co. erkannt, aber am Ende ist es eben so, dass diese ganze Zusammenschlüsse, dass es die weitergeben wird und dass man hier auch dann am Ende noch weniger Unternehmen haben wird. Mich würde eure Prognose für 2030 interessieren, gerne unten damit in die Kommentare, dann können wir ein bisschen diskutieren. Macht es gut, bis zum nächsten Video und lasst gerne ein Like da. Bis zum nächsten Video und bis zum nächsten Video.